und zwar hier ist sie die ist nämlich schon fertig und ich wollte sie euch jetzt einfach mal ganz kurz zeigen wir fangen mal links unten an da habe ich ja mit ein bisschen waschi dekoriert stempel ein paar motive von pinterest dann oben das auto das den weihnachtsbaum holt ein paar termine stehen noch drin aber eigentlich kaum noch die kleinen schwarzen das ist ein belly stempel genauso wie der goldene mit den schneeflocken ist auch ein belly stempel der große schneeflocke ist von depot dann hier eben waschi dann gehen wir mal rüber der große sticker mit dem mädchen ist von einer ganz tollen instagramerin die die selber zeichnet die heißt lovely philofax ich verlinke den kann das profil mal in der infobox und ansonsten der baum ist von pinterest paar stempel noch hier die ich bei depot gekauft habe so und das ist dann also jetzt meine weihnachtswoche ist ja voll geworden aber termine stehen ja insofern eigentlich nicht an und von dem her ja habe ich das ganze mal ein bisschen ziemlich voll dekoriert ja ich bin gespannt was ihr sagt schreibt mir ruhig mal einen kommentar in die infobox wie ihr es findet ich werde ja ab nächstes jahr andere einlagen verwenden zwei eine woche auf zwei seiten und mal schauen wie dann die dekorationen werden und schreibt mir doch auch mal in die infobox ob euch so kurze wochendeko videos gefallen oder ob ihr lieber dabei sein wollt also hier ist noch ein bild was mein sohn tim gestaltet hat fünf jahre den stern hier oben haben wir gefaltet von einer bastel anleitung von ja sie hieß diamonds punkt live hat leider den kanal nicht mehr aber das ist jedenfalls der gefaltete stern und den rest möchtest du was dazu erklären das ist eine schneelandschaft oder erzähl mal das ist der nordpol mit einer schneelandschaft ganz toll hier mit stempel waschi schneeflocken die sind auch gestempelt da ist der weihnachtsmann vom nordpol und das ist der weihnachtsbaum der weihnachtsbaum genau und ansonsten paar sticker und es gibt auch eine rückseite auch noch mal mit waschi waschi von action und mt waschi und stempel hier kleine kleine goldene weihnachtsbäume fokussiert er irgendwie nicht und große große schneeflocken also große schwarze schneeflocken und dann noch blaues blatt blaues blatt genau ganz toll gemacht und wir verabschieden uns und wünschen euch frohe weihnachten besinnliche feiertage und wir sehen uns im nächsten video wieder was sagst du ich wünsche euch frohes christkind genau und viele geschenke oder und viele geschenke genau das wichtigste bei den kindern so also tschüss